Rovo setzt Energien frei. Im Schwarzwald bei Rovo ist das Thema Bürostuhlergonomie zu Hause. Zukunftsweisende Sitzkonzepte haben hier Tradition. Entsprechend groß ist die Anzahl der Patente auf Innovationen rund um den Bürostuhl. Bewegungsfreiheit im Sitzen ist der Kern aller Bürostuhlkonzepte von Rovo. Deshalb regen diese Stühle zu Haltungswechseln an. Der Bürostuhl Ergo Balance ist die jüngste Innovation von Rovo, für dessen Entwicklung man ungewöhnliche Wege beschritten hat. Mein Name ist Andreas Sperber, ich bin Physiotherapeut und Ergonomieberater und ich stehe hier auf einem Therapiekreisel. Wozu benutzen wir diesen Kreisel in der Therapie? Um durch spontane Muskelaktivität Mikrobewegung zu erzeugen und dadurch die Statik, Dynamik und die Koordination zu verbessern. Die spannende Frage ist, schaffen wir es, auch diese Mikrobewegung an einem Bürostuhl zu provozieren, damit wir auch im Sitzen körperlich aktiv bleiben. Genau wie beim Kreisel werden durch die Beckenbewegungen, durch die Muskulatur, die Bandscheiben mit Nährstoffen versorgt und sie bleiben elastisch und reißfest. Mit dieser Ergo Balance Technik rege ich unwillkürlich zur Bewegung an. Damit aktive ich sogar im Sitzen die Rückenmuskulatur. Hier sieht man, wie die Ergo Balance Technik arbeitet. Sie macht Sitz- und Rückenlehne rundum beweglich und ist direkt in die Synchronmechanik integriert. So kann man wie gewohnt entspannen oder aber aktiv sitzen. Zum Beispiel ohne Lehnenkontakt, mit aufgerichtetem Becken, ähnlich wie auf einem Sitzball. Kennen Sie Tai-Chi Tennis? Das Spiel der fließenden Bewegungen? Dieses Spiel schont die Gelenke, denn der gespielte Ball wird aufgenommen und seine Energie weitergeleitet. Auch die Ergo Balance Technik lässt Bewegungsenergie fließen. Bewegungen werden vom Oberkörper eingeleitet. Nach rechts bewegt, geht der Oberkörper nach rechts und nach links. Dabei ist entscheidend wichtig, dass diese Energie fließen kann. Wie man hier sieht, geht die Rückenlehne nach rechts mit und nach links mit und nichts stürtet diesen Energiefluss. Ergo Balance gibt es mit zahlreichen Komfortausstattungen. Zum Beispiel mit Air Plus, der orthopädischen Lordosenstütze. Und in zur Zeit sechs Modellvarianten. Sitzen mit Ergo Balance fühlt sich richtig gut an und ist mit Sicherheit die Zukunft im Büro. Ergo Balance. Rückenaktiv sitzen. Das Bürostuhlkonzept mit noch mehr Dynamik. Facts. Sehr gut. Empfohlen von der IGR, der Interessengemeinschaft der Rückenschullehrer. Von Rovo.